Der gemeine Mittler, wieder Grundschnitt. Dann muss ich die Dame neben mich führen. Das ist ein bisschen trieb, weil er muss sie beim ersten Schritt noch laufen lassen. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Sie läuft. Jetzt drehe ich sie hoch. Bei eins dreht die Dame, bei zwei drehe ich. Beim tap ist nichts. Jetzt geht sie hinten auf die andere Seite. Er dreht einmal, sie dreht einmal. Das zeigen wir nochmal. In Ruhe. Von hier aus, Grundschnitt. Er stellt sie neben sich und lässt sie einmal drehen. Jetzt Rücken an Rücken, ohne Drehung, einfach verschieben. Er bleibt stehen, sie läuft rüber. Schritt, Schritt, tap. Jetzt dreht er unter der Erhobelhand. Schritt, Schritt, tap. Und fängt sie in die Körbchen wieder ein. Und dann könnt ihr machen. Sehr gut. Tuttat. που. Gut.